Ich bin Justus Hilfenhaus und habe Produktdesign an der Baus-Universität in Weimar studiert. Da habe ich auch 2021 meinen Bachelor absolviert und momentan bin ich in Lausanne an der ECAL und mache da meinen Master. Der Fokus meiner Arbeit liegt im Gestalten von alltäglichen Gegenständen und Produkten und hierbei ist es mir sehr wichtig, auf die schnell wandelnden Umstände unserer Zeit einzugehen und das versuche ich auf eine intuitive, aber auch innovative und spielerische Art und Weise umzusetzen. Den Konsens meiner Arbeit sehe ich darin, Produkte zu gestalten, die über den gewöhnlichen Mehrwert hinausgehen. So wird beispielsweise ein Regal zu mehr als nur Stauraum oder ein selbstladendes Küchenradio zum Symbol des Energiesparens. Die Auszeichnung Finalist des German Design Award Newcomer ist eine große Ehre für mich und bedeutet mir sehr viel, da ja nicht nur ein Projekt, sondern das gesamte Portfolio bewertet wird und es ist eine besondere professionelle Anerkennung meiner Arbeit.